Das hättest du jetzt sehen müssen. Du kennst den Flash, oder? Ja. Also du kennst doch Catelyn's Ultimate, oder? Ja, kenn ich auch. Und die Catelyn, die gegnerische, hat mich mit dem Ulti anvisiert und hat geschossen. Und in dem Moment hat unsere Catelyn sich zwischen dem Ulti geflasht und hat es abgefangen. Sonst wäre ich gestorben. Mein Gott, okay. Wohlgeil. Krass. Ich habe nie so einen coolen Move gesehen. Wahnsinn, das war wirklich cool. Also er wird das wahrscheinlich eh schauen. Danke, das hat mir gerade den Arsch gerettet. Hey, cool. Okay. Awesome. Awesome. Klingt nicht so begeistert. Was ist denn los? Nein, ach. Ah. Das Speed Racing-Dings, erzähl mal was. Bitte? Ja, was soll ich viel erzählen? Warte, hast du eine schöne Schwimmweste an? Äh, ja, na klar, eine Schwimmweste hatten wir an. Ja, eine EA-Schwimmweste, oder eine... Ja. Ich will nur jetzt nicht zu viel erzählen, weil ich nicht weiß, ob das, wenn die Folge online kommt, schon online sein darf. Ah, also. Dass es dieses Event gab, das ist bekannt, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich das... Okay, dann frage ich dich nicht aus, aber ich kann das ja nicht wissen. Ja, nein, ach, deshalb sage ich es ja jetzt. Ja. Vielleicht mit viel Glück kriege ich den mittleren Turm. Ja, wir kriegen vielleicht gleich den... Oh, oh, oh. Ich krieg den. Oh, damn it, Todd. Okay, hab den Turm. Ja, Mitte ist aber... Oh, unten ist grad Scheiße. Na gut. Ah, Scheiße. Und wie viele Leute waren jetzt unten? Vier? Ja? Ich glaube. Floll, der Set, schau dir den Set an. Schau mal runter, schau mal runter, schau mal runter. Schau runter, schnell mit der Kamera. Ja. Hast du gesehen? Wo er sich wegpornen wollte, oder was meinst du? Set, zero move. Ja, er war umgeben von lauter Gegnern und er hat's überlebt. Er hat sich nur in den Busch gestellt und nicht bewegt und gehofft, dass keiner in den Busch kommt. Krass, ey. Das war geil. Ich geh mal kurz nach Top, ne? Würde ich mal sagen. Ja. Das war geil. War cool. Rise ist wieder Mitte. Okay. Und ich geh jetzt mit Top mal eben. Ja, ich geh mal runter. Weil unten brauchen die. Hä? Äh, nee, schon gut. Das klang gerade so. Ja, ich hab grad gedacht so, weil irgendwie, ich hab grad diesen Steingolem mit zwei normalen Schlägen mit Wutus-Style kaputt geschlagen. Okay. Voll heftig. Bist du froh über diesen Nerv? Ja, also ich frag mich halt nur so, haben die das generell verändert? Äh, vielleicht, dass die Viecher nicht so viel haben? Äh, ich glaube, das liegt wohl eher am Asting. Boah. Scheiße, ey. Das war jetzt zu heftig. Da hab ich zu viel Schaden abbekommen, hör mal. Ja. Sollten aufpassen, weil wir haben schon, wir hatten, wir stand schon 9-9, jetzt ist wieder 10-14. Ja. Ja, ich hab eigentlich aufgepasst, aber, ja. Ähm. Was wollte ich denn jetzt hier haben? Das Jumus Ghostblade. Gibt's das? Ach, ich kann ja hier suchen nach. Ja. Ah, okay, das hätte ich gerne. Holen wir erst mal das hier. Oh, goddammit. Oh, goddammit. Warte hin. Ja, schau mal, bei uns. Ah, fucky. Oh, alle da, ne? Ja. Ja, alle da. Scheiße. Wir sind tatsächlich alle da. Pass auf, Miete. Pass auf, oh, Noctur, 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 Noctur. Ja, eben. Da bist du grad voll im Kreuzfeuer. Er will den Blue haben, was ich verstehe, aber... Ich hole ihn schnell mit ihm. Ja. Pass auf, Ryze ist da, Ryze ist da. Ihr werdet gleich Besuch kriegen, nehme ich an. Die machen Dragon, die machen Dragon. Was ist denn mit ihm? Ist das der AFK, oder was? Er wollte, dass du ihn nimmst. Ach so. Pass auf, die machen Dragon grad, oder haben ihn schon. Oh, oh. Die machen grad, die machen grad. Ja, die sind aber alle voll. Hier geht's hin, ich geh auch hin. Okay. Wir können Dragon nicht machen. Oh, oh, ja, tot. Ah, fuck. Das ist unglaublich, was da durchkommt. Unglaublich, ja. Können wir aufgeben. Können wir aufgeben, dringend. Ne, ja, 10, 19. Wir hatten 9, 9. Ja. Vielleicht berappeln wir uns noch. Haben wir Late-Game-Charaktere dabei? Kann ich nicht sagen. Ah, das ist halt... Aber Top ist gut. Also der Set macht schon gute Arbeit, aber... Ja, guck mal, der steht vorne. Ich mein, der kann jetzt ganz schnell gehen. Ja, ja, na ja. Wenn wir da alle vier mitpushen und die... Der sieht aber unten genauso weit. Bei uns. Ah, ja, stimmt. Ich komm mal mit nach unten. Ja. Ähm... Ja, ich weiß nicht, wir sollten schon zum Set vielleicht laufen. Okay. Okay. Oh, oh, jetzt ist er tot. Ja. Schade, keiner drin in dem Busch. Ne. Hier ist die Caitlyn. Oh, hier ist der Ryze. Ja, ich kann halt... Ich bin nur wirklich nur ein Kack-Support und Niederle-Support ist... Ich bin's gewohnt, mir die Damage zu machen, meinen Speer durch die Gegend zu schießen und nicht zu heilen die ganze Zeit. Ich dann laufe die ganze Zeit mit dem Kreis, die schießen anderen mir vorbei gerade. Ah, sieht schon cool aus. Also ich finde, das Design ist schon sehr geil. Ist auf jeden Fall gelungen. Ja. Macht gar keinen Schaden. Mein Speer ist ja lächerlich. Ja, macht gar nichts, oder? Nein, gar nicht. Ich supporte halt. Oh, 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 fuck. Hä, was sollt ihr denn jetzt? Achso, ich kann nicht heilen. Ah, okay. Ich bin der Supporter. Jetzt wollen sie den mittleren haben, wa? Ja. Sieht so aus. Achtung. Oh, scheiße. Ich wollte die eigentlich nur damit locken. 10, 20, 20. Oh, scheiß mal groß, wie groß der, 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 der Checksits war. Ah ja, das ist halt, weißt du, das ist the reason, warum mir 5er auch zeitmäßig am Sack geht. Weil jetzt steht schon fest eigentlich. Ja. 10, 25. Und bei Aram kannst du es immer noch rumreißen, weißt du? Ja. Jetzt ist es eigentlich schon ziemlich entschieden. Bei Aram denkst du, okay, könnte es noch klappen. Ja, aber komm, jetzt gehen wir nicht auf. Nee, ich sag nur, das ist halt das. Kind of easy. Oh mein Gott. Tja. Deshalb müssen wir jetzt gewinnen noch. Ja, das scheint wohl so. Ich hoffe, es bewahrt sich so lange. Schauen die ersten Leute schon wieder zum Schreibgrad rein. Du bist gerade im Endgame, ich warte so lange. Also, ja, ich glaube, er wollte höflich formulieren, dass wir gerade am Losen sind. Ja. Aber. Was war das denn? Ach, die Kackfalle war von ihr. Aufgeben tut man nur einen Brief. Eben. Eben. Oh, ich finde mich geil. Tod, ey. Einfach so tot. Das ist echt so krass. Ich kann, das ist, nee, ich spiel nie wieder Niederleer Supporter. Nie wieder. Ich kann nichts machen mit der. Wir gehen einen anderen Supporter, wenn du dich nicht okay hast, er hat Attacken dafür. Das ist ja irgendwas. Ach. Das war mir eine Rüge. Wenn wir so weitermachen, gewinnen wir. Stimmt. Auf jeden.